Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wo liegt das Glück heute am 24. August 2017? Wen beschenkt Fortuna im heutigen Tag? Das sind die Jungfraugeborenen, besonders die Jungfraugeborenen, die am 21., 22. und 23. September Geburtstags haben. Diese Glücksenergie strahlt aus und das empfangen auch die Steinbockgeborenen und auch die Stiergeborenen, Besonderes die, die am 3. Dekade Geburtstags haben. Und wo liegt das Glück? Das sind die kleinen Veränderungen. Das kann auch die Einstellung sein, weil man ändert sich die Einstellung über etwas. Oder eine andere Meinung zu haben. Oder Veränderungen im Leben. Das sind kleinere Schritte, kleinere Veränderungen. Und da liegt das Glück. Außerdem ist das Glück auch im Finanzen. Entweder kommt Geld rein oder eine Lohnerhöhung oder gewinnt man etwas. Es sind heute keine Hindernisse. Nichts hindert dabei, einen finanziellen Glück zu haben oder etwas gewinnen. Es sind keine Hindernisse bei kleineren Veränderungen. Wo vielleicht wir achten sollen, nicht das betonen oder anschauen, was uns kränkt im Leben, sondern auch die Leichtigkeit spüren und lachen. Wenn jemand wissen möchte, welchen Tag bringt Glück und in welchen Lebensbereichen ist es und ob da Hindernisse sind und wie man diese Hindernisse bewältigt, dabei kann ich helfen. Unten bei der Beschreibung befinden sich meine Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.